Ah! Wow! So! Oh, fuck! Hello everybody! Sexy people! Leute sagen, mein Name ist Reggio von Gehli und... Och Gott! Wo bist du denn? Ich bin nicht bei der Arena und ich mach jetzt erstmal Tag! Ich bin bei der Arena! Geil! Ich muss erst hinlaufen! So! Nicht wundern, warum ich grad Tag gemacht hab! Äh, ich... Boah, fuck! Ich muss nicht nur die ganzen Sachen erstmal abbauen! Steinschwert plus Bogen mit 10 Pfeilen! Aktuell beste Rüstung maximal ein Goldapfel! Fuck! Ich hab keinen Goldapfel! Dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern! Ja! Oh shit, hast du einen Goldapfel! Und drei Gold, die mir noch gefehlt haben, hab ich auch nicht mehr gehabt! So! Äh, folgendes! Ich muss mir erst noch das Holzwerk craften! Ich würde so gern das auch noch den Bogen... Darf ich mir auch den Bogen craften, wenn ich ihn danach nicht benutze? Nein! Du kommst jetzt her! Ja! Ja, ich muss aber erst noch jede Menge Zeug machen! Ich muss die Workbench... Ich nehme mal die Workbench wieder mit! Ha? Dann... Muss ich Essen... Mal so mein Essen holen, weil ich sonst sterbe! Wie weiss, wenn du dich portest? Nein, ich... Wir müssen hinlaufen! Das... Hab wir ausgemacht mal! Okay! Dann esse ich mal ein rohes Hühnchen! Ach gut! Nicht vergiftet! Ach, Mano! Ja, das kann ja erst mal dauern! Also, was darf ich dabei machen? Vor nicht hinlabern! Und ein bisschen Stein abbauen! Nein! Ja, du darfst ja auch Essen machen! Das Essen ist ja schon gemacht! Ich muss nur auf uns im Ofen nehmen! Ach so, darf ich mir auch Essen machen? Nein, du darfst jetzt keinen Ofen aufstellen! Das Essen ist bereits im Ofen! Also! Ich hoffe mal, es ist auch halbwegs gebraten, bis... Äh... Als ich weg war! Äh... Der war doch hier irgendwo, oder? Ja! Ich bin dann hier rüber! Ja, hier irgendwo der Kuhle muss er stehen! Dann mache ich mit dir ein Steinschwert! Hier sind zumindest die ganzen Schweine! Äh... Das ist ein Steinschwert! Mein Gott, Walter, warum? Was ist mit dir du dummes Schaf, dummes Schaf, du? Ah, noch mehr Essen! Lalalala, ich warte! Ja, danke! Ich esse jetzt immer vor mich hin, soweit bis ich zum Ofen bin! Mit total uneffektivem rohem Fleischzeug! Wow! Bis ich... War ich hier überhaupt schon mal? Schau auf 3! Ja, ja! Äh... Ich renne die ganze Zeit immer auf 3-Screen rum! Hä? Ne, Moment! Ich muss ja zu 400... Ich entferne mich vom Strich! Ich bin doch aus dieser Richtung gekommen! Hm... Hm... Da schummelt der! Was? Das ist nicht lustig! Ich verschwarte gerade das ganze Essen für unnötiges Rumrennen! Ja, du bist selber schon! Ich muss in diese Richtung! Ich kann nicht spüren, ich bin doch von da ge... Hä? Ich bin gerade wirklich etwas irritiert! Ich schneide die Folge, also ich verkürze die einfach... Bist du da bist? Ja, mach das! Du darfst! Wo bist du? Du siehst die Arena? Ja, schau, da hast du ein paar Schweine vor der Arena stehen! Die darfst du essen! Die rohen! Ah ja, okay! Ich habe mir jetzt noch schnell die Kürbis abgebaut! Okay! Ich hoffe, das ist nicht zu verboten! Ja, das ist schon sehr verboten! Fuck! Äh, wo sind denn die ganzen Schweine? Also ich sehe jetzt schon mal den Glowstone Weg! Ich dachte, du siehst die Arena! Ja, ja! An der bin ich nochmal vorbeigelaufen! Warum auch immer! Frag mich nicht! Das Eisenschwert tun wir schon mal in den Mentar packen! Damit der Steinschwert auch schön benutzt ist! Weil ich renne mit drei Hungerkollen und drei Herzen! Da, ich werfe sogar ein Schwein von meiner Seite auf deine! Oh, da sind sie ja! Hallo! Hallo! Ah, Diamantboots von der Arsch! Hey, Wahnsinn! Geschessen! Ah! Verzaubert scheint er noch nicht zu haben! Wie soll ich jetzt den Kampf gewinnen? Ich habe keinen Bogen! Hast du jetzt genug Essen? Warte mal! Ich geh da zu dir! Warte mal! So habe ich ja meine braunen Pilze weggeworfen! Die sind nur rote! Moment! Das hier ist das Fleisch! Ähm... Darf ich wenigstens noch vollrecken? Ja! Oh, das wird knapp! Was ist das Fleisch? Ah! Was machst du? Äh... Du hast mir angeblich irgendwo Fleisch rüber geworfen! Achso, na! Ein Schwein! Das ist aber da nach hinten gelaufen! Ich hole... Ich hole dir das Fleisch! Wie viel brauchst du denn noch? Äh... Keine Ahnung! Ich bin jetzt auf der anderen Seite von der Arena! Auch wenn wir hier streng genommen noch nicht sein sollten! Aber egal! Hallo! Hier bitte! Danke! Geht's los? Nein, ich bin noch nicht vollgereckt! Was? Dann müssen wir vorher schlafen! Ahja! Hoppla! Steinschwert plus Bogen mit 10 Pfeilen! Fast! Ich liege im Bett! Ja! Ich habe noch nicht vollgereckt! Aber danke gleichfalls! Ich liege auch im Bett! Ich liege auch im Bett! Ich habe das achieve mit zu den Waffen ge... Äh... Bist du wirklich schon im Bett? Ja! So! Ich bin vollgereckt! Ich bin fertig! Ich auch! Tür sind schoffen! Na dann! Ich bin drin! Bist du auch drin! Und dann... Wieso ist hier ein Schaf! Du musst hier einen Stein schlafen! Wieso ist hier ein Schaf? Wieso hast du den Labeheimer? Weiß ich nicht. Ah. Wow. So. Oh, puh. Ah, fuck. Gescheißen. Ah, fuck. Gescheißen. Ja! Oh mein Gott. Ich hab mein Steinschild fallen lassen. Gescheißen. In die Lava. Nein, ich hab's aufgesammelt. Ja. Die hat ja genau so viele Half Points. Ja, aber. Du hast verloren, Alter. Ja, ich weiß. Was soll man machen? Ich muss mich jetzt aber erst noch umbringen. Also. Ja. Ich komm da auch nicht draus. Ich bring mich auch mal um. So. Das war's dann für die Folge. Weil. Ja, aber was gibst du mir für eine Strafe? Du darfst jetzt auch sein F8 oder 15 FPS. Ja. Aber damit haben wir gar nicht gerechnet, dass ich gewinne. 15 FPS. Okay. Ich muss zur nächsten Folge mit 15 FPS spielen. Läuft. Okay. Ja. Wie viele Herzen hattest du euch zum Schluss noch? Vier oder so. Okay. Tja. Arschgerennt würde ich sagen. Ja. Gut, Arena 2 completed. Ja. Weiter geht's dann in Folge 9. Mit Arena 3. Es ist... Ja, ja. Wir müssen erst noch zwei Folgen vorher aufnehmen. Das heißt, weiter geht's immer noch mit Folge 7. Bei Sebo mit fucking 15 FPS. Ja. Voll. Also schaut die Folge lieber einfach rein bei mir. Oder auf Splitscreen. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.